Ach, das ist ja so spannend, so spannend. Nein, ist hier was? Na, natürlich nicht. Ich hab schon gedacht, weil es so dunkel war, ist da was? Hm. Ja, jetzt komm schon. Dann wird es hier einfach mal so ein extrem mega langer Gang. Obwohl, ich könnte ja hier eigentlich... Wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Hier bin ich. Ja, da hab ich ja noch einiges vor mir. Ich könnte ja jetzt sozusagen schon mal ein bisschen versuchen, den S-Bahn-Schacht auszulegen. Oder für unsere Eisenbahn, die wir uns dann hier verlegen wollen. Aber ich weiß nicht, ob das gerade so die richtige Richtung ist. Ich wollte ja eigentlich nur so weit graben, bis ich hier mal irgendwas finde. Aber ich glaube, da kann ich mich dumm und dämlich graben. Hier wird einfach nichts kommen. So sehr ich mich auch bemühe, aber hier kommt nichts. Aber ich hab grad einen Zombie gehört. Und der wird immer lauter. Vielleicht finden wir ja hier einen Dungeon. Ich weiß, ich könnte mich ja auch mal nach links graben. Aber dazu bin ich jetzt geradezu faul. Moment, ich muss mal kurz den Ton am Fernseher ein bisschen lauter machen. So, wo war der jetzt? Der war doch hier in der Nähe, oder? Bin ich hier richtig? Mr. Zombie? Aber ich glaube, hier bin ich falsch. Hier wird's, glaube ich, wieder leiser. Und hier haben wir noch Eisen. Das nehme ich natürlich auch fein mit. Ach Mensch, wir kommen hier mit so vielen Rohstoffen raus. So, Zombie, jetzt sag doch mal was. Spitzackel. So, lalalalalalalala. Alter, das gibt's doch nicht. Der muss doch hier irgendwo sein. Oh, da ist der über mir. Also, ne, ihr merkt schon hier, ich grabe hier voll nach Planung durch. Das gibt's doch nicht. Der muss doch hier irgendwo sein. Ah, schau mal einer an. Haben wir doch hier gleich noch einen Anschluss gefunden. Zu wo? Alter! Wo? Wo ist der denn? Hallo? Moment, ich muss mal die Musik kurz leiser machen. Die nervt gerade. Lalalala. So, Zombie, zeig dich. Und dann muss ich mal kurz husten. Moment. So, da bin ich wieder. Ist denn der? Und wo bin ich hier eigentlich? Moment, Moment, Moment. Das kommt mir hier sehr bekannt vor. Ach, hör auf. Da hat er sich also versteckt. Der kleine Racker. So, aber ich würde jetzt gerne nochmal irgendwo eine Stelle finden, wo ich noch nicht war. Da haben wir noch Eisen. Moment, wenn ich hier bin, dann dürfte ja der Ausgang eigentlich gar nicht so weit sein. Glaube ich. Hoffe ich. Hier habe ich mal, glaube ich, Lava zugebaut. Hm. Ach, Mensch, das ist doch hier schon wieder alles so merkwürdig. Hier geht's nicht hoch. Ähm, jetzt ist die Frage. Von wo bin ich jetzt gekommen? Von hier war ich, glaube ich, gekommen. Genau, dann gehe ich mal hier durch. Ah, okay. Hier sind wir also. Und das sage ich immer, wenn ich weiß, wenn ich nicht weiß, wo wir gerade überhaupt sind. Ne, der eine weiß es vielleicht schon. Aha, aha, aha. Was habe ich denn hier mal gemacht? Wieso ist das hier so, wieso sieht das hier so komisch aus? Ach, nein. Das ist die Stelle, wo ich mich hochgegraben habe. Mensch. Dass ich die nochmal wieder finde. Hätte ich ja echt nicht gedacht. Äh, aber wo gehe ich jetzt hin? Bei dieser epochalen Musik. Das sind immer irgendwie so Stellen, wo ich vermute, dass dahinter irgendwo eine Höhle ist. Wo ich mich dann aber auch meistens täusche. Und dann gar nichts finde am Ende. Ach. So. Ist hier irgendwo was? Natürlich nicht. So, jetzt habe ich da unten irgendwo eine Werkbank. Hä? Jetzt habe ich da unten irgendwo eine Werkbank gebaut, die ich auch nicht mehr finde. Ach, ich bin so ein Held. Das gibt es doch nicht. Nee, da ist bestimmt nichts. Ähm, super. Warum gibt es hier keinen Teleportstein oder sowas? Obsidianen habe ich natürlich auch nicht dabei für ein Portal. Ach, Mensch. Ich komme einfach nochmal hier lang. Aber wie ich sehe, ist da nichts weiter. Ähm, wo muss ich denn jetzt? Gehen wir einfach mal hier runter, ne? Mal sehen, wo es uns hinführt. Was? Hoffentlich in bekannte Gebiete. Was? Nein! Wo kam der her? Der alte Penner. Alter, jetzt gehe ich hier hoch. Meine Spitzhacke verabschiedet... Ja. Ähm. Meine Spitzhacke verabschiedet sich nämlich auch gleich schon wieder. Und das finde ich ein bisschen... uncool. Ja, super. Jetzt bin ich wieder hier. Was ist denn da oben so komisch gebaut? Da möchte ich jetzt gerne mal hingucken. Ist das hier nicht die Nähe, wo wir mal diesen Dungeon gefunden haben? Oder... Wo geht's denn jetzt... Wo geht... Wo geht's denn jetzt hier hin? Nirgends. Auch schön. Ähm. Ach ja, es ist doch immer wieder eine Freude durch Höhlen zu irren. Scheiße. Aber ist das nicht die alte Hausmine, wo wir uns gerade... Ach, du Scheiße. Da falle ich jetzt lieber nicht runter. Ach, jetzt bin ich doch schon wieder hier. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Aber ich kann mich nicht schon wieder nach oben graben. Wie assi kommt denn das rüber? Der findet nicht mehr aus der Höhle raus, der Idiot. Ja, ist ja gut. Alter, jetzt... Das gibt's doch nicht. Hier musst du doch irgendwo rausgehen. Ich laufe die ganze Zeit schon wieder bloß im Kreis. Ne. Ne. Du bringst mich nicht rum. Okay, hier war ich wahrscheinlich auch schon mal. Ja. Super. Okay, dann geh ich mal hier unten. Au. Ich muss was essen. Nein. Ne. Alter. Jetzt reicht's aber. Ach, Redstone. Ach, kann ich damit nicht abbauen. Scheiße. Hm, nun gut. Ach, guck mal hier. Ein kleiner Lavasee. Lalalala, lalalala, lalalala. Dann ist hier hinten vielleicht noch ne Höhle. Anscheinend nicht. Hier vielleicht noch was. Anscheinend nicht. Gut. Unerforschte Gebiete, oder? Nein. Unerforschte Gebiete. Und meine Spitzhacke verabschiedet sich gleich. Das finde ich ein bisschen uncool gerade. Aber na ja. Danke für das Eisen. Lalalala, lalalala. Alter, wo geht's denn jetzt hier hin? Eine Fackel, bitte. So. Natürlich, geht's hier... Das gibt's doch nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Wieso geht's denn hier nirgends? Da freu ich mich wie ein kleiner Schneekönig. Und dann ist hier nichts. Natürlich. Ja, super. Hat sich ja gelohnt. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Ach, Mensch. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's hier noch die Krise. Natürlich. Nichts. Wie soll das auch sonst sein? Ja. Auf jeden Fall super. Yeah. Ist doch schon wieder ein Zombie irgendwo. Und meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Ich hätt mir ne... Ich hätt mir ne Diamantenspitzhacke machen sollen. So. Ja. Seht ihr da? Da geht's nämlich schon wieder los. Ach, da baue ich mir jetzt halt nochmal ne Werkbank. So. Hier kommen wir wahrscheinlich eh nochmal tausendmal vorbei. So. Dann mach ich mir jetzt ne Diamantspitzhacke. Und dann hat sich die Sache. So. Dankeschön. So. Zwölf. Können wir davon auch mitnehmen vom Redstone. Aha. Aha. Hm. Schön. Wo sind wir denn jetzt? Ach, hier. Creeper. Na komm. Wo? Wo ist der Zombie? So. Hier lang laufen ist auf jeden Fall falsch. So. Wo war denn jetzt die Stelle, wo ich mich hochgegraben habe? Dann grabe ich mich da nämlich nochmal hoch. Ach, hier war das. Hä? Ah. Blöd, dass ich mich natürlich mit Steinen hochgegraben habe. Alter, jetzt sei doch mal ruhig hier, du Zombie. Mensch. Ich muss hier arbeiten. Ich muss den Leuten doch hier sinnlose Sachen erzählen. So, dann nehm ich nochmal ein bisschen Erde mit. So, dann gucke ich jetzt nochmal schnell hier. Ach, hier ist ja nichts weiter. Sehr schön. Habe ich die ganze Zeit gesucht. Okay. Peter. Ciao. ruler.